Ein wunderschönen guten Tag an die Freunde, hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Natürlich an meiner Seite wieder der Jutz der Jansen am Stüssel. Dachchen Jan. Hallo Oldie, hallo zusammen. Ja, nachdem wir unseren Segeltörn hier hinter uns haben, müssen wir jetzt mal eben hier so ein bisschen in der Siedlung gucken, Wohnwagensiedlung oder was ist, wo hier mein Family ist, ne? Richtig. Du wirst nicht wo sie wohnt. Also immer der Nase nach, würd ich sagen. Ganz ehrlich, bei dem Zinken. Jawoll. Ja, und da oben, wie machen wir da? Paule, der schöne Satellitenschüssel anbaut. Oder was macht der da? Der klingt schon so bläde. Wie sieht denn bei dir eine Satellitenschüssel aus? Ja, du verstehst, ich komme aus dem Osten, wie er kennt sowas nicht. Wir haben so eine Antenne normalerweise in der Hand und schwingen hier durchs Zimmer. Warte mal, hier liegt ne Banane. Komm mal her. Warte, warte, komm mal, wo bist du, wo bist du? Banane? Ich hab Bananen gehört. So, mal gucken, können wir hier irgendwie rübersteigen? Nee. Können doch mal ihmchen fragen hier. Ob ihr hier ne Dick-Tit hier kennt mit Kind. Ach, ich hab Angst, dass sie runterfällt. Und dann komm ich noch wegen Mord in den Knast oder so. Oh, da kommt nackte. Oh, die Alte hat ihn rausgeschmissen. Guck mal. Geil. Oh, ja. Schön gefickt und jetzt wegen Such. So sind sie. Immer das gleiche. Immer das gleiche. Ach, guck mal, hinten im Schlepptauch hier noch ne andere. Oschi. Wer macht die denn dafür Bewegung? Alter, warum ist die sauber angezogen? Na, wesentlich. Oh, die machen Grilltime hier. Guck mal, ihr habt da ne Wurst übrig, Freunde? Hallo, hallo. Warte, ich komme. Warte, warte. Warte. Hat die, die andere hat nen Balg auf der Hand, glaub ich? Oder was ist das? Ja. Ja. Habt ihr noch ne Wurst? Hallo, Freunde. Würstchen. Ich höre Wurst. 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 Oh. Ich warte kurz, bevor du weiter gehst. Ja. Okay, so. Also, auf die können wir nicht zählen hier. Aber kannst du den Schläger klauen? Oh, warte mal. Hier haben wir vielleicht noch ein paar Würstchen drinne. Tatsächlich. Hm. Das schmeckt gut. Ja. Boah, dann mich gleich wieder ein Herrntag hier, wenn wir schön grillen. Ich setze mich erst mal runter. Okay. Ich halte ne Wurst zu essen. Nee, schnüffelt da nur dranne. Verstehe ich nicht. Ich auch ne. So, hier ist ein Spielplatz. Ja, können wir auch rüber. Da sitzt Atze peng. Könnten wir mal fragen. Ah ne, hier aus der Richtung kommen wir ja. Hier fahren wir doch. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. So. Bist du ohne Schaukeln? Nee, oder? Ach doch. Komm her. Komm, lass uns runter schaukeln. Was macht er da? Nur gucken. Hm. Ist ja langweilig. Was ist mit ihm hier? Der schraubt hier am Auto. Er versucht zu vergessen. Mit dir schreit er, ne? Wurde. Wurde. Wurde? Wurde dir finkt bei dir da dran? Kann das sein? Ich will mal reingucken. Ach, hier wirst du. Und schon jetzt weiter. Warte. Ich hab den Mann gefunden. Von der alten. Und die sag ich jetzt erstmal Bescheid. Ach so, der fickt du noch fremd. Ja. Oh Mann, da gibt's, da gibt's. Da gibt's. Oh, da will ich dabei sein. Ja. Oh, er wird es jetzt. Wo bleibt sie denn? Da kommt sie. Oh, da müssen wir uns ankicken hier. Wieso schreit? Wie geil. Hast du gesehen? Da ist sie gerade voll auf einmal ackern. Hast du gesehen? Ja. Ja. Das ist ja geil. Oh, da macht die jetzt mit da drinne oder was. Das sah ja geil aus. Von der anderen Seite hätten wir es vielleicht besser gesehen. Aber das sind so komische. Ey, kannst du ja auch nicht reingucken, komischerweise. Das war voll die Spanner wir beide hier ey. Oh, die Spanner hinten im Baseball. Ja, ich kann das sehen. Aber ich frage mich, ob du eine 30-Jährige Frau gesehen hast, mit einem Kind, so groß. Ja. Sie ist heiß, oder? Natürlich ist sie. Sie ist meine Wälder. Oh, der ist ja gut hier. Okay, ich höre dich. Oh, hier ist wieder ein Spielwart auf uns wartet. Okay, frage mich doch direkt mal aus. Oh ja? Wo ist sie? Hier. Was muss ich machen? Don't be smartass, Mann. Just tell me where she is. Okay. Zack. Schade. Oh, Ron. Got it. Nice, Nuss. Now, that's your home run. Irgendwie am Ende der Straße soll ich es mal probieren, da soll die wohnen, oder so. Okay. Hey, hey, willst du versuchen? Ach, du musst werfen oder nirgends fangen, oder was? Ah, okay, dann probier mal hier. Ja, gut. Ja, voll Profi hier. Ohne Witz. Ja, voll Profi hier. Oh, warte, nur 15 Punkte? Ah, nicht gut. Okay. Okay. Oh, 126. Nice. 184. 184. 184 ist der beste, glaube ich, jetzt gewesen. Von den Punkten her. Ja. Willst du mal hier, äh, äh, Dingsen? Okay, see you around. Das muss ich machen. Thanks, I'm done. Okay, bye bye. Warte, ich werfe oben mal. Hey. Hey, what's up? Hey, hey. Hi there, can I take a straight? You interested? Go ahead. Thanks. I'll do a few pitches. Alright, go ahead. Thank you. Oh, yeah. Ah, ja. Oh. Oh. Nein. Oh, yeah. Kerbal. Ah. Alter, du hast auch schon 148 Punkte. Fucken, Alter. Fucken, Alter. Du musst die 184 schlagen, komm. Ja. Ja, ja. Mann. Nein. Warum zoomst du nur so an? Oh, yeah. Kerbal. Du jetzt normaler? Warte. Oh, das gibt's doch nicht. Dann machst du es zu spät, Digga. Dein Sport, wa? To the moon. Boom. Ah, ja. So, drei Bälle noch. Zack. Schade. Lade er verloren. Pfff. You're welcome. Das wärst du alter Drecksack. Aua! So, wo müssen wir hin? Irgendwie zu Ende der Straße. Zum Ende der Street. So, jetzt haben wir eine schöne Runde gespielt, so hier können wir nicht lang, wahrscheinlich hier lang. Irgendwas kann ich doch für einen Dollar sauber machen, hohoho, sagst du mal nicht, Digger. Entschuldigung, das war verrückt von mir. Ja, es war. Aber meine Entschuldigung. Natürlich, aber einen Dollar will ich. Du bist persistente, ich gebe dir das. Ja. Ja. Na, gibt es einen Dollar? Ne. Ah. Bin auch mal eben bei der Werkstatt. Ah, okay. Hey Leo, dieser ist in besseren Form als der, den wir haben. Ja, ich habe meinen Sohn gesehen. Hey, ich sehe meinen Kind da. Komm, wir schauen es mal. Ja. Okay, wo bist du? Ähm, wenn du vor der Werkstatt, äh, vor der Werkstatt bist, links lang. Bei dem Wohnwagen, wo die gehackt haben da drin. Ja. Und dann geradeaus links da vorbei. Ach, da. Ich sehe dich, ja. Warum rennt denn meine? Ach, jetzt rennt meine. Ja gut, da bist du aber von einer anderen Seite irgendwie ran. Hier kommen wir ja nicht runter. Ja. Ja, aber vielleicht doch. Zu zweit. Vielleicht doch, hier. Guck mal. Ja. Obwohl, sind wir hier offen, vielleicht hier irgendwas wegschieben. Hey, Leo, komm hier. Hey, Linda. Over here. Leo. Hey. Ach du Scheiße, der Bullen. Ich wusste das. Cops. 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 Ja. Cops. 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 Halt sich ja beschissen an. Wie lange sollen wir das halten? Tja, der Pfad will mit ihm helfen. Du sollst in ein Baumhaus gehen, ich werd mal ein paar Pfeile schmeißen. So, in die Mitte oder auf die 20? Oh, nur ein Punkt, scheiße. Jawoll, 60. Alex, hey. Scheiße. Musst ein paar Äppel hochschmeißen, die Leiter da. Hey, schau, dein Zeichen ist gebrochen. Geht mir. Wieso komm runter und helf mir das fixen. 80. 140. 140. 40. Ich denke, ich werde das brauchen. Mal gucken. Oh, Neiceness. Scheiße. Alright. Ja, schade. Also 140 war das Beste. Kann ich ihr nicht helfen hier irgendwie? Das alles, was ich machen kann, Motor starten. Kleine Scheiße ist vom Baumhaus gekommen. Na, ist da. Immerhin. Nein, jedoch. Mal gleich ganz warm ums Herz. Ja. Ich liebe dich, Junge. Ich liebe dich so sehr. Junge. Ja, aber hallo. Ja, aber hallo. Ja, ich bin. Das könnte Spaß sein, aber vielleicht sollten wir gehen. Oh, komm mal. Nur ein Spiel? Komm mal, Vincent. Okay, Leute. Ein Spiel. Bereit um zu verlieren, Junge. Ich werde gewinnen. Oh, du weißt, ich werde gewinnen. Das wollte ich früher als Kind-Oma haben. Ein Baumhaus. Geil. Okay. Aber das ist natürlich in der Stadt ein bisschen schlecht, ne? So. Ich. Hier. Ah, ja. Vincent, pass den Ball. Ah, ja. Ah, ja. So, und jetzt. Zack. Jawoll. Oh, voll daneben. Und Pass, Kleiner. Ja. Achtung. Kann sie sehen. So macht man das. Switch. Ach, wir sind zu alt für sowas. Ich stelle dir Bücken. Verstehste? Tut mir jetzt schon ein Kreuz weh. Hier geht's. Nice. Alter, richtig Rindgedankt hier. Na. So, jetzt der Kleiner. Zack. Ach, Alex helfen. Na, das muss Papa machen. Das muss Papa machen. Darf leider keine fremden Kinder anpassen. Jawoll. 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 Du bist gut, Alex. Wirklich gut. Du denkst? Ja. Du solltest ein Prozess werden. Wirklich? Ich werde gleich zurück. Ja, okay. Ach, ja. Wir gehen schon mal zu viel, ne? Ich werde nicht mehr zu viel, ne? Ich werde nicht mehr zu viel. Hey, schön. Hey. Was würdest du dir sehen? Ja, die langen 10 Sekunden. Ihr seht, dass ihr alles gut geht. Wir sind. Aber ich muss bald gehen. Ja. Oh, da. Ich bin einfach glücklich, dass er wieder riecht. Ja. Wir sehen uns. Komm her. Komm her. Komm her. Also? Ist das jetzt nach Hause? Nicht lange. Ich sag, ich bin mit einem kleinen Jungen hier. Du hast deinen Uschi am Boot. Ah, alle klar. Und. Und. Und pass. Und. 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 Oh Gott. Oh Gott. Sie müssen noch knarren. Hast du gehört? Geil. Sie müssen auch knarren. Hast du gehört? Geil. Oh Gott. Sie müssen noch knarren. Geil. Oh. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, Mensch, Jan. Da geht mir das Herz auf. Ja, du warst wirklich gut. Wie ich gesagt habe, du bist ein echtes Pro. Was denkst du? Schön, Mann. Schau, ich muss jetzt weg. Ja, ich mache. Aber du schaust deine Mutter jetzt, okay? Können wir noch ein weiteres Spiel spielen? Nächste Mal, ich versuche es. Jetzt komm, gib mir einen Halt. Okay, Mann. Geh zu deine Mutter jetzt. Okay. So, und dann geh ins Bett. Die Sonne scheint doch noch. Ich bin immer so streng. Ich bin immer so streng. Du bist nicht so streng. Du bist schon so streng. Du bist nicht so streng. Ja. Ja. Hey, hey, where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Willst du den drohen, ja? Ja, warum nicht? Na dann, komm. Oh. Come on, we don't have time for this. Woah, woah, hey! Hey, I'm calling the cops. You're gonna do what? Hey, relax. What's your name? What do you need my name for? What's your name? Alright, it's Larry. Alright, Larry, this is how it's gonna be. Me and my friend here, we're gonna walk in there, we're gonna see your boss, Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be, hey guys, you're welcome, then we have a problem. Wait, are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Well, okay then, I hate that guy. So, you're welcome. Go ahead. See? We're all friends here. Where can I find him? It's easy, just ask him around. Alright, Larry, thank you. Yeah, you're welcome. You're welcome. With your nose? Yeah, right. I guess that's one way of doing it. Well, it worked, didn't it? It did. But no, being nice can work too. I'm sure it does, but I can't help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right? You were probably just a sweet little boy. No, I wasn't. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Are you being sarcastic? Are you being sarcastic? Can I get married? Hans Peter Ray. What is that for a new building? Was that for a new building? What is that here built? A new rocket? Maybe that's bad. There's like 100 people questions. Hold on, I've heard from Ray. Wait, I've heard of him. Wait a minute. I'll get back to the end of the building. Ah, gleich auf dich nachzuhauen. So, ich fahr den Knüppelkopf mal hier. Oh, der drinnen vom Lever. Da ist bestimmt da rechts drinnen irgendwo. Oh, hier kannst du Arm drücken machen, Digga. Ja komm, Mike lehr mal ne Runde. Was ist mit dem hier? So, jetzt kannst du mal zeigen dir, was du kannst. Großnase. Du musst runter drücken. Das ist ordentlich. Ja, du musst runter drücken. Was ist das? Nein, nein! Das ist so schwer! Das ist die Scheiße! Komm, komm, komm! Nice! Ich hab mich nicht weggelegt! Komm, komm, komm! Hast du den neuen Controller? Nein! Komm, komm, komm! Ich kann nicht mehr, Alter! Das kam schon! Das kam schon! Jawoll! Oh, Alter! Meine Finger, ey! Geile Matsch! Oh, Hammer! Hammer! So, ihr Freunde! Ihr wisst, was los ist! Leider hast du die Folge schon wieder um! Jetzt haben wir so viel gespielt hier und haben immer noch den Ray nicht gefunden! Aber ich verspreche aus! In der nächsten Folge finden wir den gutsten! Und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und verfolgen dieses Let's Face bedanken! Und falls euch diese Folge gefallen hat! Falls euch unsere sportlichen Aktivitäten gefallen, lasst eine Bewertung und einen Daumen nach oben da! Und falls ihr noch nicht Abonnent seid, würde ich mich natürlich oder wir uns auf ein Abo freuen! Oh ja! Genau! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder! Mit dem gutsten Jansen an meiner Seite! Bis dahin, meine Lieben! Immer schön lecker bleiben! Und... Tschüssing!